ich komme hier zurück bei der sonne hat einer weiteren spannenden folge hoffe ich mal und ja ich muss jetzt an diesen läufern von bei der tassenläufer nenne ich immer so da hinten läufer ich weiß die heißen anders dem so komischen namen aber ich finde besser so mache ich hier und da keine ahnung ich hätte am besten durchkommen oder brücke kann ich nicht daraus ich muss hieraus so und noch einer zwei laufen hier eine star 3 alter moment achja hier ok und da sogar noch was kugel brot muss ich brot essen unbedingt aber egal soll ha 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 ach gott ey dann ebenso hu hu h um tja entweder die so im kopf treffen oder das ding was da so dampf man ihren akku aber das ding zu treffen ist ein bisschen schwer in dem moment bewegt sich natürlich warte 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 wo ist denn überhaupt hat er zwei dinge oder was irgendwie ein links eine rechts und der eine ist hinten so klein auf mit ihr hat man ok ok das ist hier noch irgendwas auch was ist das geld mit dem müssen da geht es runter ja mein 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 ok moment ich würde mal jetzt hier was gucken und zwar die zeit verlangsamen geht es ja es geht l2 um alles um die um zu begrenzte zeit oder erneut etwas verlangsamen okay wo beim zweiten mal kostet das acht runen alter holz das teuer ja ist ja gut beruhig dich man oh gott granate das herz ach das die uhr aber ich wollte es mal links hin habe ich denn die abend bei die armbote dreht ja das kannst du mal umkippen wenn ich dich hier im kopf treffe mensch gibt es doch gar nicht ich kann die treffen und das was flucht er selber ist wo ist er denn nein 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 ich brauche mehr blau äh ja was sagt ihr denn ach ich gehe da wieder hin das ist doch nicht wahr äh okay ja ich habe nur noch vier das ist blöd äh und da habe ich noch sechs von gut ja kann man versuchen aber hm hm ach ey wenn da so viele rumlaufen was darfst du da machen ey da ist auch ein bisschen viel ja auch ähm hm 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 mal hm 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 gut, warum hab ich das gar nicht mehr gut, warum hab ich das nicht mehr Wie kann der mir die Füße eintreffen ey, das ist doch wohl nicht wahr. Du bist ein bisschen weit weg, versuchst da hoch zu springen und dann kriegst du den nicht mal ey. Mit diesem Doppelsprung. Na gut, aber das bringt halt nichts, wenn man da die ganze Munition verballert und dann... am besten so die Zeit anhalten und dann versuchen irgendwie durchzukommen. Ah ja, das war ja hier. Ich kann mich den doch nicht bewegen. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Weiner entkommt, dann haben wir das gleiche Problem. Und einfach. Deswegen müssen diese Idioten mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird es einfacher. Neue Walgültanks sind unterwegs. Endlich. Ich hab besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Genau. Ich kehre in die Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Wo bist du? Ja, wo bin ich? Such mich doch. Ich finde dich schon noch. Was meinst du? Ich weiß, dass du hier bist. Ja! 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 Oh! Backe! Okay. Soll er sich erstmal wieder beruhigen. Ich hab noch Piccolatius. Dann nehm ich mal ein, solange der da rumballert. Hm, Lehrer, Piccolatius. Ich bin da gut davon. Hm, hm, hm. Nein, geh lass mal. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Oh? Pfeife wieder Pfeife, Pfeife wieder Pfeife So Das da hinten Okay, das da hinten Erstmal hier in der Mauer verstecken Ähm Blau geht nicht Okay Äh, es wird immer fairer an den Arbeiter fitten blablabla Nee, will ich nicht lösen Hui Ähm Hm Hm Ich nehme das Hm Hm Okay, das ist ein bisschen viel Vielleicht kann ich da unten dann gehen Nein Na, das Wasser ist auch doof Ähm Hm 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 Tja Hm 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 Okay 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 Man kann die Viecher auch irgendwie nur mit einem Schwert machen, aber das geht gar nicht irgendwie, ich finde Soll man das nur mit einem Schwert machen können Jürgen auch Jürgen auch Du Eimer Ähm Hm Hm wo ist denn das habe ich da noch nicht gespeichert das ist wieder weg dachte ich hätte das funkel speichert ich frage das geht ja nicht nein geht nicht geht das jetzt ja jetzt geht's gut dann habe ich das nicht gespeichert ja sowas ach god ja super toll ok das würde für mich aber auch komisch und lobst oben oder so dass ich oben dann bist du unten wollte ich eigentlich gar nicht sehen kann weil da noch eine wand oder ein boden vor ist und dann bleibt er trotzdem nach unten das ist echt merkwürdig ja soll ich einfach nur durchlaufen wäre glaube ich das beste ne ach man ey ach man ey hm 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 lecker ich bin gut laut hier hm lecker 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 hm lecker lecker hm lecker lecker hm lecker ja ok gut ich versuche mal irgendwie durch zu kommen also ich hänge mich da fest mal mal hier gucken ab hier was ist das ist das mit dem geld hier geld 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 hier die treppe runter ja da ist nix da ist nix ähm boah drei stück laufen da ist aber nicht wahr drei stück von diesen langstädtigen beinwesen hier äh ne äh hopp äh und hopp so halt doch mal an ich will mitfahren aber ja äh 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 tja ok so 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 ok ok darüber da oben ist das ding für die äh äh barriere da nicht franke ok ähm natürlich der hat doch angezeigt super ich war doch da drauf ich bin nicht da ich bin nicht da unglaublich ich bin nicht da es kommt ja im da guckte denn wieder meine richtung das gibt es jetzt nicht ich kann mal woanders dann gucken na gut aber So Soll ich da eine Kette runter? Hmmmm Dann seid ihr da abgelenkt Ich muss da unten runter Ah, da ist noch einer Ich darf das Ding hinfassen können, aber naja gut Kette, ich will die Kette haben Wieso gehen hier keiner auf die Kette? Doch ok gut ich glaube ich gebe ja das haben wir okay so kann die jungs eingangs 79 meter gut ein bisschen geh ich noch und da muss ich ja auch wieder aufhören hier sind jetzt keine langbeinigen dabei holz moment erst mal hier bitte was wir stöhnen denn der so spät noch so rum da rein moment da noch was mitnehmen einmal rot einmal blau wo kommt ihr denn her mensch alter was ist denn mit der waffe neuer ding los mann ich drücke nur einmal kurz und er macht das immer bumm bumm wird zweimal geschissen äh geschossen kurbe die kurbe die kopfkopfkopf so ja natürlich hallo da wirst du echt gezwungen hier das ding zu besorgen dass die zeit stehen bleibt so moment ja geh doch da runter man noch im blauen versorgen das gibt es doch nicht so zeit anhalten jetzt hier runter kommen sagt man da ist ganz aus du bist der maskierte kerl der all die lords und ladies getötet hat du kommst dir nicht durch ohne den kanalisation schlüssel gibt nur ein ort wo du an den schlüssel kommst und ich würde da nicht noch mal hingehen nicht für alles gott im dann wohl nicht noch mal vielleicht jetzt du aber mehr jemand hat uns in der destillerie angegriffen mit den ratten ich weiß das klingt verrückt dann rannte es wieder in die kanalisation wir kämen hier runter um es zu töten slack jaw ging voraus lief schief ich konnte gerade so entkommen weiß nicht was mit slack jaw ist er hatte den kanalisation schlüssel ok kehre zum haundpitz pup zurück finde einen weg durch die kanalisation zum pupa alles klar es gibt nur ratten 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 überall und die laufen dir nicht vor ort oder so gut ist denn hier jetzt offen oder so nein natürlich nicht ich brauche den generausschuss wenn er es nicht töten kann weiß ich es auch nicht na schön so muss ich in die richtung hier pang hat er sich selbst abgeknallt naja ach du heilige moment 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 das geht ja nur mit der waffe aber ich halte mal die zeit an das ist auch gut so so schnell laufen aber wohin hier ist ja nichts äh hä oder unten lang ja ok warum soll ich da haben weil ich dunfer ach komm ey du denkst überall hier na gut das geht du denkst so wend 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 die alte pfeife hier ist noch eine aufgabe für dich die lupengräfin diese alte häckse hat mir gesagt dass man seinen geschmack für whisky im monat des windes verliert im monat der stadt verliert man seinen augen nicht und im monat des eises macht man seinen letzten atem zurück wenn du einen anteil ist weißt du was zu tun hat keine ahnung ach das ist ja okay also lassen wir noch mal den zettel hier gucken notizen ok einmal dass man seinen geschmack für whisky im monat des windes ich schreibe mir das mal auf also einmal monat des windes monat des windes monat des windes verliert im monat der saad saad und im monat des eises so ok mal gucken das buch kann ich ja nicht mitnehmen ist er dann da ok also wir haben wende 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 monat des windes ist da wie soll ich das denn verstehen jetzt monat des windes wird als erstes genannt ohne des windes ist da das ist da 1 2 3 4 5 an fünfter stelle monat des saats ist an zweiter stelle und als drittes wird der monat des eises genannt als es da ist 1 2 3 4 5 6 7 8 davon acht dann würde ich auf die zahl kommen 5 2 mal gucken fünf 2 und eine 8 geil tja luppenhexe du glaubst ich bin doof was bin ich aber nicht gut das war dann das erstmal jetzt an dieser stelle dann ja bedanke mich wünschen dir noch einen schönen tag von abend oder was auch immer und dann bis zur folge wenn ich wieder heiße Dishonored bye bye